Was geht ab Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir das Spiel Hospital 666 und in diesem Spiel, das Spiel ist ähnlich wie Exit 8. Man muss immer erkennen, ob sich irgendetwas seltsam verhält und wenn ja, muss man schnell zurückkehren, soweit ich das richtig verstanden hab. Gehen rein in das Spiel, wir müssen es schaffen, 666. Etage zu kommen, so normal würde ich, spiel normal, ich schaff das schon. Kann er reden? Kann er überhaupt reden? Er sagt nichts, er sagt einfach nur, nach dem Motto, das Spiel geht von alleine auf. Junge, wir wissen ganz genau, dass du der Entwickler bist. Der hatte kein Geld noch für einen Schauspieler. Okay, ah, Fahrstuhl. Können wir den Fahrstuhl da nicht einfach hochfahren? Oh shit. Okay, das ist normal, wir müssen uns alles merken, Chad. Wir müssen uns hier alles merken. Wasser. Kaffee. Tür. Boah, das wird schwer. Der Typ chillt hier immer, oder was? So ein bisschen laggy. Digga, guck mal, wie viele Sachen hier sind. Ich denke mal, dass hier alles... Digga, da sind viel mehr Sachen, auf die man achten muss. Boah, weiß ich... Ne, achso. Ah, und jetzt geht man genau rückwärts. Hier sind zwei Dinger. Boah, ist echt viel, auf das man achten muss, muss ich sagen. Okay, ich glaube, ist alles richtig. Hoch. Bitte nicht wieder Null. Oh mein Gott. Ja, Digga, okay. Die erste Etage muss ja immer richtig sein. Die Pflanze war, glaube ich, nicht da. Alter, 606... Nein, man muss das... Muss man das 666 Mal schaffen? Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Hä? Ja, ich bleib hier. Die ist einfach schwarz. Die ist einfach schwarz. Okay, die Pflanze ist da. Die Dinger sind da. Zwei... Junge, das ist so ein Analyse-Spiel. Ich schwitze jetzt schon. War die Uhr... Der war die... War da immer schon so ein Uhrzeiger? Ich glaube, ja. Bitte nicht wieder auf Null. Bitte. Drei. Yes. Fehlt hier was? Ich weiß nicht. Man hat hier aber... Ist das Ding genug Zeit? Ich glaube, es ist alles gleich. Hoch. Komm, hier, bitte. Zweimal Exit steht da, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass da zweimal Exit steht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade falsch. Das ist falsch. Ja. Stand da Exit? Nee, es war irgendwas anderes. Ich hatte einfach Glück. Die Pflanze ist da. Die Bilder... Hatte das immer weniger Abstand? Das Bild hängt hier, glaube ich, nicht. Das Bild... Hängt da hinten. Als ob es hier... Hängt es hier nochmal? Irgendwas sagt mir hier, ist es nochmal falsch. Ich gehe wieder zurück. Dritte, sechs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieder bei Null. Okay, ich muss mir irgendwie alles merken können. Dass so ein Spieler spielst du einfach so lange, bis du es drauf hast. Wo ist das Geld? Okay, das erste muss richtig sein. Hotel 666. Kaffee? Ja. Uhrzeiger? Ja. Fernseher? Ja. Wasserautomat? Ja. Müll? Keine Ahnung. Bilder? Ja. Wet floor? Ja. Da muss nochmal das Bild hängen. Okay. Das passt. Alles richtig. Ist alles richtig. Ist alles richtig. Das sind immer zwei Feuerlöscher. Warte, war das jetzt wieder Null? Nee, ne? Das war ja wohl. Ich glaube, auch alles richtig. Oh mein Gott. Was war denn falsch? Was war denn falsch, hä? Oh mein Gott, Chad. Das wird respektlos sein. Ich bin 666. Null wieder. Nee, eins. Hier ist alles richtig. Das Bild hängt wieder richtig. Das Ding ist da. Das ist da. Spul an. Oh mein Gott, Kölnjahr! Oh mein Gott. Junge. Waren die Türklinken immer... ...unterschiedlich? Anscheinend. Waren ja auch immer nur drei Stühle? Ich weiß grad gar nicht. Es scheint für mich falsch zu sein. Ich geh einfach zurück. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es nicht stimmt. Bitte sag ich das richtig. Bitte sag... Drei. Drei. Stufe drei. Da hinten sind drei Uhren. Stufe vier. Bro, ich will erst mal Stufe zehn erreichen. Lass ja erst mal. Die Tür ist offen. Wann hat die Tür ist offen? Sieht ihr das? Die Tür war einfach offen. Stufe fünf. So weit war mir bisher noch nicht. Das passt. Ich glaube, es ist wichtig, Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe einfach mal. Bitte sechs. Ja. Ist das Bild richtig? Das ist ein falsches Bild, sag ich. Ganz klar. Falsches Bild. Das ist ein falsches Bild. Level sieben. Oh, das Bild war doch nicht falsch. Ich hör einen Tropfen. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Ich gehe auf den Atmen. Ich gehe auf den Atmen. Hat irgendwer gelacht, Jack? Geh hoch, geh hoch. Ich weiß es. ich glaube es ist alles richtig ich glaube es ist alles richtig wir haben 10 geschafft immerhin da steht Nummer 6 da steht Nummer 6 auf der Tür hoch steht da so normalerweise nicht da steht normalerweise nichts ich habe irgendwie Angst jetzt oh mein gott man könnte jetzt hier so einen dicken Fehler machen war es immer 6 Uhr check mal check mal nur das ab check mal nur das ab Joel war es immer 6 Uhr ja ist immer ok dann gehen wir hoch 13 bitte 13 bitte 13 bitte 13 let's go easy easy chat easy easy one Hälfte hat gefehlt man hätte gar nicht durchgehen können 14 easy one 15 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 Wenn man es 16 mal hat, hat man es durchgespielt. Der Lava kein Shit. Falsch. Wieso? Das ist ja jetzt alles richtig. Die Feuerlöscher sind da hinten. Es sind drei Stühle neben mir, ich glaube ja. Hat das eine andere Farbe, Chat? Ist es verkehrt herum von der Farbe? Nein. So kurze Beine, ne, glaube ich nicht. Die Mülltonen-Locations kann ich halt... War hier schon immer so eine dunkle Wolke? Ich weiß es nicht. Das kommt mir sehr strange vor. Boah, ich habe gerade Angst, etwas falsch zu machen. Wir gehen durch. Bitte 16. Bitte 16. Oh mein Gott. Deiner hat doch verarscht. Er meinte, wir haben es geschafft bei 16. Einfach gelobt. Aha! Ja, moin. Einmal Stickman. Sie können mal meine Gülle. Was ist das denn? Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist ja nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mama. Ich sterbe direkt. Weil ich auf ihn zulaufen glaube ich. Hä? Ah, ich muss vielleicht, ich muss ihn anschauen. Das könnte sein. Oh, oh. Lass mich durch. Ich komme nicht durch. Lass mich 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 durch.